Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einer Kamera herausfinden könnt, wie oft sie schon ausgelöst worden ist, das heißt wie oft der Verschluss schon gelaufen ist. Dieses ist sehr wichtig, besonders bei Kameras mit Wechselobjektiven, DSLRs oder DSLMs, denn hier werden diese Kameras teilweise gebraucht für horrende Preise gehandelt. Ihr kauft diese Kamera und wenn ihr dann daheim einige Male ausgelöst habt, bricht dann der Verschluss und ihr habt das Geld verschwendet, weil die Kamera kaputt ist. Das, was ich euch hier zeige, müsste auf viele Kameratypen anwendbar sein. Wichtig natürlich nur auf hochwertige Kameras, so einfache Kompaktkameras oder zum Beispiel Kameras wie die RX10 von Sony. Hier könnt ihr leider die Anzahl der Auslösungen nicht so ohne weiteres auslesen. Aber habt ihr zum Beispiel eine Sony Alpha oder hier eine Canon EOS, hier ist das ohne Problem möglich. Wie geht ihr hier vor? Ganz einfach, ihr nehmt eure Kamera, schaltet diese ein, achtet darauf, dass ihr eine Speicherkarte in der Kamera habt und nun macht ihr einfach mit der Kamera ein Foto. Wir können sogar hier die Linsenabdeckung, das Landscap, aufgesetzt lassen, denn wir werden teilweise auch mit Internetprogrammen arbeiten. Hier ist es vielleicht sinnvoll, sich nicht gerade selber zu fotografieren oder private Fotos zu verwenden. Also machen wir einfach mal ein Foto. Nun entnehmen wir die Speicherkarte aus der Kamera und stecken sie in unseren PC. Nun begeben wir uns ins Internet, öffnen eine Suchmaschine und suchen einfach mal nach Shutter Count. Hier sehen wir nun diverse Anbieter, die uns Möglichkeiten anbieten, unsere Auslöszahl auszulesen. Ich habe jetzt hier einfach mal einen geöffnet, besonders für Sony Kameras. Wenn ihr hier natürlich eine Sony Kamera habt, könnt ihr hier einfach das gemachte Foto hochladen. Wir klicken einfach hier drauf, öffnen das eine Foto und sobald das Foto hochgeladen worden ist, sehen wir, diese Kamera hat 21.891 Auslösungen und wir sehen natürlich auch alle wichtigen Kamerainformationen noch hier auf dieser Seite zusätzlich zu den Auslösungen. Es gibt dann natürlich auch noch andere Anbieter, wie zum Beispiel diese Webseite. Diese ist dann mehr für Nikon, Pentax oder eventuell Canon gedacht. Lest hier bitte durch, wie ihr vorgehen müsst. Eventuell muss auf manchen Seiten auch eine RAV-Datei hochgeladen werden. So, dann habe ich noch eine schöne Variante, um dieses zu realisieren. Hierfür empfehle ich euch das Programm Picture Information. Dieses ladet ihr einfach mal hier herunter. Hier öffnet ihr dann einfach das Foto, was ihr gemacht habt. Scrollt auf der rechten Seite nach unten. Und hier findet ihr euren Image-Count und hier sehen wir, wir haben hier auch wieder die Sony A6000. Wir haben hier unsere 21.842 Auslösungen. Und so haben wir auch hier unsere Auslösungen ausgelesen. Wichtig, es kann sein, dass es von Hersteller zu Hersteller einige Unterschiede gibt. Probiert hier einfach mal im Internet herum, mit welchem Programm oder mit welchem System ihr eure Auslösungen am besten auslesen könnt. Es gibt, wie gesagt, von Hersteller zu Hersteller immer ein paar Unterschiede. Ihr braucht hier vielleicht auch den einen oder anderen Anlauf. Und ganz wichtig, bei günstigeren Kameras funktioniert das sowieso nicht, da diese entweder die Auslösungen nicht zählen oder einfach sich hierfür noch niemand interessiert hat und dementsprechend auch noch niemand ein Programm erstellt hat, mit dem man solche Auslösungen auslesen kann. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Euer Marc auf YouTube. Euer Marc auf YouTube. Euer Marc auf YouTube. Oke.